Frisur sitzt. Fingernägel? Pekobello. Rasur? Glatt wie ein Aal. Füße? Oh, Füße. Füße, ich bin gleich wieder da. So, jetzt habe ich mich mal richtig schick gemacht und das ist der einzige Grund, weil wir wollen einfach nur mal Danke sagen. Danke für die tollen Kommentare, für die Abos, für die Likes, für die Daumen nach unten, egal was auch immer. Ihr habt so viele tolle Kommentare geschrieben und uns so viele Daumen hochgegeben. In der kurzen Zeit haben wir über 130 Abonnenten. Es ist echt Wahnsinn. Einfach nur Danke und wir wünschen euch ein schönes neues 2019, ein schönes neues Jahr. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, lasst es krachen zu Silvester oder macht es in Ruhe, wie auch immer, wie es euch auch beliebt. Und das Wichtigste, bleibt gesund, seid fröhlich, freut euch über jeden Tag. Wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns in 2019 wieder. Jetzt könnt ihr noch ein paar Ausschnitte sehen aus unseren letzten vier Monaten, beziehungsweise 2018. Freut euch dran. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Immer tiefen die Scheiße rein. Zu viel gegessen, ne? Hoffentlich krieg ich jetzt nicht mit dem Stuhl zusammen. Oh, oh. Kapptoppa. Erstens ist das verboten. Das ist... Was rede ich denn da? Sobald ich sag, Frisul abreißen, dann zuckt das Ding hoch. Okay. Okay. Ist das doof, oder was? Die verteil ich jetzt hier, buddel die ein und daraus werde ich dann gleich ein Bohnzelt. Was rede ich für ein Scheiß. Und wenn ihr dabei sein wollt... Tjojo. Hotto. Hottobo. Ist unser Beitrag zum Foodsharing. Und was noch? Watto. Du bist erst mal. Absolut, das hast du grosse... Untertitelung des ZDF für funk, 2017